Aldemar, hd, kupsch, toll. Auf in den Kampf! Da rennen sie! Hier ist mal cool. Hey Leute, hier ist Aldemar. Wir spielen weiter, Kenji! Wir sind in den Nebeltälern-Wergen mit unserer Super-Truppe und gehen jetzt nochmal ein paar Horden sammeln. Klatschen. Und zwar würde ich gerne mal hier lang gehen. Wir gehen jetzt mal hier runter. Ich glaube, wir können auch hier lang gehen. Und suchen mal uns. Oh, guck mal da! Boah, so ein Riesentrupp. Den holen wir uns. Ich würde gerade sagen, jetzt ist er... Boah, guck mal, ist da auch so ein Schwarmprinz bei oder sind das mehrere? Kann sein, dass die nur bei diesen kummigen Dingens kommen. Okay, wir rennen mal kurz den hinterher. Ist zwar einer hinter uns, aber den können wir auch ignorieren. Kommt schon. Und... Es geht los! Oh shit! Und der Kampf hat begonnen! Guck mal, man sieht unsere Tanks mittendrin. Oh, das hat sie erledigt. Schnell. Ich sehe kaum noch ein paar. Äh, Leute. Ich gehe mir doch zu so einem... X. Boah, ich dachte, es ist crasht. Äh, ich glaube nicht, dass wir irgendwo so ein... Beppo haben. Ich habe mich keinen gesehen. Alle mal heilen. Sonst gehen wir wieder dahin, wo wir waren. Ach, guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Da, Knirsch. Genau, zu diesem Knirsch müssen wir gehen. Oh, es sind immer noch welche verletzt. Komm, da gehen wir... Da können wir dann uns aufbauen. Ich habe mal den... Oh, guck mal, wie hübsch hier. Ach, die Beeten! Guck mal! Während die da essen! Was ist los mit denen? Wie? Äh... Rein, rein. Oh mein Gott, der Arme! Da sind zwei dran. Können wir die retten? Cool, das ist ein Spinner. Können wir machen, hier alle losrennen. Bitte Maximum Speed. Dann hängen wir da einen von denen dran. Und Angriff. Oh Gott. Der hat ja kaum noch irgendwas. Da war ein Nebelprinz. Wir machen direkt mit Erste Hilfe. Vielleicht geht das. Und direkt sein Kopf. Und sein Schwert. Dankeschön. Machen wir das auf jeden einen. Guck da! Die haben ein gelbes Blut. Ist da noch ein Nebelprinz? Da ist noch ein Nebelprinz. Noch ein Nebelprinz. Ich werde reich! 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 Genau, hau drauf! Dankeschön. Warte, was machen wir mit dem Fumi? Machen wir nach der Reihe. Dann können wir da uns ein bisschen... Rettieren, weil die scheinen ja auch schwer zu sein. Haltemal. Wollen wir mal hier... losknacken. Vielleicht können wir den retten. Vielleicht tritt er uns dann bei. Aber ich denke mal nicht. Der ist so hinüber. Macht ihn dort! Nach einer Zeit hat man keinen Überblick mehr. Oh, Flapper ist schon wieder! Alter, machst du immer noch am Entdingseln? Das wird schon irgendwann gehen. Das ist ein Aufprass. Ein Fufu liegt da oben. Nicht, dass Fufu als Mahlzeit endet. Es kann sein, dass irgendwann mal einer entführt wird, weil ich es nicht mitbekomme. Es tut mir jetzt schon leid, dass ihr als Speise enden musstet. Falls jetzt jemand von euch mit... Guck mal, hier sind auch nochmal zwei so Masten. Mehrere sogar. Guck mal, wie viele da sind. Aber es kommen sowieso schon mehrere von denen. Oh, guck mal, da kommen immer mehr! Linus! Linus, nein! Mach den tot! Oh! Keck! Heb Linus auf! Nein! Oh shit, wir müssen echt aufpassen. Oh Gott, da kommen immer mehr. Damn, King! Wir dürfen niemanden verlieren. Oh, Schlossknöcken erfolgreich. Ich bin stolz. Kann man hier sammeln? Wow. Müssen diese Leute retten! Freilassen. Müssen wir hier kurz Pause reinkriegen. Der ist tot. Nebelschwärmer. Nebelschwärmer nochmal. Boah, guck mal, wie viele Tote hier liegen. Oh mein Gott. Nebelschwärmer, Nebelschwärmer. Nebel. Nebelschwärmer. Den haben wir schon gelootet, glaube ich auch. Oh, den haben wir bestimmt auch gelootet. Trotzdem mal gucken. Plündern. Flappers liegt ja immer noch. Ah, noch einer. Marie, tot! Ist das einer? Das könnte sogar einer sein. Ne, ist es nicht. Bisschen Flappers jetzt mitnehmen. Äh, ja, die nehmen die mit. Ne, wäre toll, wenn das meine machen würden. Wir sehen ja, wenn da einer mit gezerrt wird. Flappers, tut mir leid. Du hängst immer noch bei einem auf dem Rücken. So, Flappers ist in Sicherheit. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr, weil der tot ist. Oder wir haben den freigelassen. Wir können so einen Nebelprinz nehmen. Wir können so einen Nebelprinz nehmen und den da auffängen. Wie wäre das? Wir haben ja nicht noch einen, der irgendwie lebt. Tod. Tod. Uh. Komm, wir machen mal hier kurz ausruhen. Dann haben wir noch alle. Alle sind noch hier. Okay, ich gucke mal, wie viele Bildchen das sind. Das sind vier. Und es sind alle hier, wenn ich die auswähle. Also ist keiner weg. Es ist keiner weg. Ejo. Äh. Das sind da, weil ich schon vorbeigelaufen. Vielleicht müssen wir einen anderen da hinhängen. So. Hauen wir den da. Ruinen. Mach den mal flott. Und dann hängst du den da auf. So viel zum Thema, wir gehen zu Ruinen, ja. Oh, wenn die wenigstens alles stehen bleiben. Sonst würde ich hier eine Mauer drum bauen. Und dann das Ding anmachen. Aufheben. Hineintun. Ich glaube, der ist verbuggt, der da hängt. Oh, das macht ja nix. So, warten wir mal. Oh, da kommt schon der erste. Tönen wir ihn. Oh, der ist schon. Der ist sogar von hier. Ah, da kommen sie wieder. Da ist wieder ein Nebelprinz. Den müssen wir da hinhängen. Müssen wir direkt machen, sobald wir den hier... Kennen wir ja kaum. Eigentlich müsste ich hier ein Haus hinsetzen. Mit Betten. Kopfschuss ist down. Was war denn jetzt hier der Nebelprinz? War der das? Oh ja. Und das kann ich glaube ich trotzdem nehmen. Äh. Ich glaube jetzt ist das... Ne. Ist da gerade einer mit uns weggelaufen? Mit einem von uns? Oder mit dem, äh, geächt... Mit dem Dingensmummens, ne? Mit so einem... Ist das wieder ein Nebelprinz? Schon wieder ein Nebelprinz. Wir sind ja bedient gerade. Ich glaube, wir müssen wir nicht da aufhängen, oder? Vielleicht lassen wir das lieber. Schon ein bisschen Angst. Mann, die können alle zu Kämpfern werden. Snoozel. Nein, Snoozel und Tim. Leute, zurück. Zurückkommen. Snoozel, Tim, Tjulfa. Aufheben. Da runter gehen. Hier, Stellung halten. Sind alle hier? Sind alle hier. Gut. Sehr schön. Da oben jetzt noch irgendeinen Nebelprinz liegen gelassen. Tjulfa humpelt. Überlebt das schon. Ah. Ah. Und an einem bestimmten Punkt muss ich mich halt verpissen. Guck mal da. Und keiner bemerkt's. Zwei. Oh, was macht ihr denn da? Knusch, Knirps. Essen ihren eigenen Typen. Oh, dass der den Gerächt mitgenommen hat. So, jetzt haben wir den wieder. Ist der immer noch? Vielleicht retten wir den mal. Entführen. 100 Prozent. So, jetzt haben wir ihn entführt. Guck mal. Link des Beins weg. Den müssen wir ein bisschen nach Hause bringen. Und dann da einkackern. Wie wär's? Das ist eine gute Idee, oder? Der geflohene, geächtete. Oh, komm. Wieder einer. Ist wieder ein Prinz. Ist wieder ein Prinz. Die haben nicht immer dieses bisschen gelbe da an. Oh, warte mal. Hab ich da auch einen Prinz auf dem Rücken? Ich hab... Ich wollte den doch irgendwo dran machen, ne? Wir machen den mal... ...da dran. Das wird bestimmt übel werden. Ist noch ein Nebelprinz. Oh, cool gerade. Echt. Gamelord, nimm den mit. Ist mir egal, wie lahm du bist. Oh Mann, du bist echt lahm jetzt. Es darf schon niemand mitgenommen werden. Mann, die sind aber auch schnell. Alter, die rennen. Stellung erhalten, nichts weit weglaufen. Noch können wir ein bisschen uns klatschen hier. Ich muss den Namen anlassen, sonst ich nicht, wenn jemand wegläuft. Ich beobachte halt nicht, wie gut die jetzt hier irgendwie skillen oder so. Der René hat nur Stärke 3, Zähigkeit 15. Habe ich den hier rekrutiert? Äh, Stangenwaffen 12, aber Stärke fast keine. Also ich muss nur mal gucken, dass hier... Warnehmung minus 1. Aber es müssen ja alle hier irgendwie was jetzt... Jetzt zu den Zähigkeit und... Äh, Ausweichen und so'n Scheiß. Äh, Leute, der ist da. Kriegen sie ihn? Ne. Warte mal, zurück. Puh, puh, was geht's? Oh Mann, die waren aber echt weit. Der rennt hier rum. Rane, die Riesen, hängt fest. Nicht, dass einer entführt wurde. Ich hab's nicht mitbekommen. Ich dachte gerade, die essen den. Splinter. Wir kämpfen auf jeden Fall, bis die Folge ungefähr voll ist. Und dann gehen wir nochmal zurück. Verkaufen, Essen holen. Und, und, und. Zwei Prinzen, aber beide schon gelootet, ne? Jo. Schwerter müssen ja eigentlich scheiße sein, die da haben. Sind fleischig gewesen. Fleischig. Gibt's nur einer? Den haben wir auch. Da haben wir halt den da. Ist krass, ob das richtig ist, dass da so viele Nebelprinzen kommen. Aber ist mir egal. Ich beschwere mich mal nicht. Sehr schön. Weiter trainieren. Immer weiter trainieren. Also, sie gehen auf jeden Fall zurück auf die Ursprungsposition, oder was? Äh, wo wollen die hin? Jagen die ein, ja, ne? Ist ein Ereikoppein da drin? Kann doch sein, dass überhin einer drauf ist. Oh, einer down? Holen wir den mal. Ehe, wenn er drauf geht, kann man nicht. Geht nicht, wollte ich sagen. Ich muss mal abspeichern. Das nimmt mich gerade an. Nicht, dass es abstürzt. Wir trainieren. Hier. Aber sobald wir hier nochmal fertig sind, machen wir uns mal auf den Weg nach Ruinen. Gucken wir jetzt mal um. Oh, und dann gucken wir mal weiter. Training ist schön und gut, aber wie viel muss ich hier kämpfen, bis sich das überhaupt mal auswirkt? Weil Geschicklichkeit wird auch bestimmt beim Kämpfen. Beeinflusst, äh, die Muskeln sichtbar. Hätten wir mal ein Auge darauf lassen sollen. Schütz zum Stangenwaffen. Athletik 53. Ausweichen 2. Kampf, Kunst, 2. Hm. Guck mal, die da. Sind wieder zwei Prinzen. Das sind zwei Prinzen. Das ist krass. Wen ist der denn da? Oh, noch einer. Ah, jetzt ist das das andere. Stimmt, die haben ja den Prinzen dran gemacht. Oh. Oh. Ich glaub, an den Beinen, einem ist da noch ein Kopf dran, ne? Das ist der andere Prinz. Ich muss sie voll troxen. Nimm mal. Los, Meister Splinter. Lassen sie aber auf einmal alle hinten. Weil ich will denen allen ja auch mal bessere Rüstung geben. Das geht aber erst, wenn sie halt ein bisschen besser sind, dem, was sie tun. Wir warten einfach nochmal auf Prinzen. Oh Prinzen, wo seid ihr? Wir warten hier auf euch. Genau, schöne Halle, alle Gänzchen. Der nächste. Ach, nur Schwarz. Was ist da hinten? Ist das ein Prinz? Ne, sind beides keine Prinzen. Guck mal, er lebt sogar noch, aber hat keinen Kopf mehr. Ne, er ist tot. Nevermind. Da ist kein Prinz. Da ist ein Prinz. Und da sind noch mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sind das fünf Prinzen, Alter? Hier ist einfach nur Schwärmer. Jetzt wird's interessant. Ich glaube, wir sollten uns verpissen. Wenn hier so eine Superwelle kommt, da weiß ich auch nicht, was ich machen soll. Wiese. Sehr schnell. Das sind keine Prinzen. Keine. Den haben wir schon. Man, wir haben uns aber einiges zu essen. Aua. Ich bin getroffen, weil ich da rumgestanden bin. Es ist noch keiner entführt worden. Ich bin sehr stolz. Alle mal heilen. Und dann gehen wir zurück. Es wird Zeit. Jetzt mal ein bisschen zu heilen. Sonst sind wir nachher alle Kruppel. Können nichts mehr machen. Am Rückweg. Wir gehen auf jeden Fall nochmal eine kleine Tour. Vielleicht gehen wir hier oben lang. Guck mal, hier ist die Aufseher. Auferstehungsschmiede. Ist auch von den Bescheuerten. Wir könnten auch bei den Kannibalen vorbeigehen. In diesem Zug. Ja. Aber wir haben eigentlich ein paar Lappen dabei, die ich wegbringen muss. Das ist halt auch wieder das Problem. Ich könnte versuchen noch, bei Blisterhügel und so, dass wir durch das Territorium gehen. Faulzahn. Und dann die Leute rekrutieren. Aber die wehren sich nicht, wenn man die einnimmt. Oder? Verteidigen ja auch die Siedlung. Die rekrutieren. Das weiß ich nicht. Die rekruten. Das weiß ich halt nicht. Ich bin langsam genervt. Oh, er will hier mitnehmen. Knirsch, Krach. Sind immer noch alle hier? Ja, immer noch alle da. Sehr schön. Okay, alles klar. Komm, wir gehen. So ist besser. Wir gehen halt langsam. Warten wir erstmal, bis alle da sind. Oh, da ist noch ein großer Trupp. Vielleicht lassen sie mich jetzt. Oh, doch nicht. Das ist kein Prinz. Das ist kein Prinz. Das ist auch nicht. Kein Prinz. Vielleicht ist der Prinzen-Spam vorbei. Das kann auch sein. Das war nicht schlecht. Gute Ausbeute. Oh, da ist noch was. Nicht, dass ich einen zurücklasse. Ich habe schon Schiss, dass ich einen zurücklasse, außer sehen. Ich sollte zurückgehen. Bin ich da oben lang gekommen? Das kann sein. Oh ja, ich bin über den Hügel gelaufen. Oh shit, da kommen sie von hinten. Sie haben Splinter umgehauen. Okay, jetzt müssen wir langsam echt hier weg. Das ist... Oh Mann, ey. Boah, guck mal. Guck mal, da kommen immer mehr und immer mehr. Gut, wir prügeln uns dann halt nach Hause. Vorsichtig. Jetzt wieder ein Prinz. Wir machen erst eine Pause, wenn wir da oben sind. Kommt wieder einer. Das gibt es ja nicht. Der will auch direkt mitnehmen, die TM King. Die sind halt umgehauen und dann direkt... Es hört sich immer an wie... Oh Mann, da kommen noch mehr. Scheiße. Scheiße. Oh Mann, scheiße. Ich weiß nicht... Das soll die... Wir müssen... Die Formation halten. Geht da unten essen. Scheiße auf mich. Oh shit. Oh, jetzt wird es overwhelming. Hier wird es kritisch. Vielleicht sollte ich die los machen. Halt mal. Ah, es geht nicht. Jetzt ist... Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Jetzt wird gekämpft. Okay. Jetzt gibt es uns nackte Überleben. Leute. Wir müssen die Leute hier losketten. Los knacken. Der Rest kämpft um sein Überleben. Ich hoffe, es wird niemand mitgenommen. Exekutor. Exekutor. Nein. Nein. Du hast mir das dir doch empfohlen. Du sollst dich als Futter enden. Müssen alle abketten, damit die aufhören, hier hinzukommen. Komm schon, Alter. Mal 52. Jetzt musst du hinahauen. Ja, wir gehen mal in den Exekutor aufheben. Schnell. Da ist immer noch einer dran, das wird zusammengefallen. Der kann auch laufen. Mal hier den Ding ins Auf. Ist okay, ist okay. Na gut, sie wollen hier noch töten. Ich glaube, jetzt haben wir es überstanden. Boah. Okay, mal gucken, ob wir jetzt hier wegkommen. Wir müssen nach da oben kommen. Los. Oh nein, wie viele liegen denn hier? Steiner. Max. Speichert automatisch. So, ab nach da oben. Steiner liegt noch. Steiner. Wir dürfen keins zurücklassen. Jetzt kommt wieder dieser superlaute Song. Voltrox. Oh, oh. Ich glaube, da war einer. Müssen zusammenbleiben. Müssen zusammenbleiben. Nicht zu laut werden. Song. Nicht zu laut. Ihr habt einen Kompressor drauf. Ihr hört das nicht. Das wird so zu bahn, als wenn der gar nicht laut leiser geht. Nicht Gamelord mitnehmen. Nein. Da stehen sie überall wieder auf. Das gibt es doch nicht. Simi hat keinen. So, Simi nimmt jetzt mal Steiner. Jetzt reicht es aber. Scheiße, da kommen sie wieder. Aufheben. Streak nimmt Gamelord. Jetzt reicht es aber mal. Kämpft nur noch einer gegen die? Irgendwo ist ja einer. Scheiße. Lauf! Lauf! Die Humpelne müssen nach oben gehen. Die schnell laufenden verteidigen jetzt hier. Aber die anderen müssen nach oben gehen. Deck den Rückzug. Los! Machen hier auf Dingensbummens. Wie heißt der nochmal? Varus. Teutoburger Nebelwald. Es ist ja die Varus-Lacht. War ja wohl nicht da. Das war ja heutzutage auf neuestem Stand. Los, Ino. Du schaffst es. Bleib noch am, äh, auf den Beinen. Los, schnell. Wir müssen zurück. Dumm, 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 dumm. Ich habe aber noch, ach. Was habe ich denn da wieder am Rücken? Wieder so ein Typ mit sich Trottel. Jetzt sind bloß hier liegen. Jetzt sind wir bloß hier liegen. Noch keine haben. Jetzt sind wir noch vollzählig. Oh je. Und wir sind hier freiwillig hingegangen. So, dann können wir hier oben endlich Pause machen. Aha. Alle Mann, heile, heile Gänzchen. Okay. Ne, immer noch nicht. Jetzt. Immer noch nicht. So, wir müssen jetzt da hin. Okay, los geht's. Also wir waren eigentlich gut aufgehoben, wo wir zuerst waren. Da war nicht so übel. Ich muss jetzt hier aufhören. Leute, tut mir leid. Ich muss mich zwingen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge bei Kenji. Okay, ich gehe jetzt erstmal zurück mit dem Haufen hier. Und dann machen wir mal Verpflegung. Heile, heile Gänzchen. Essen kaufen. Bla, bla, bla. Und dann sehen wir uns wieder. Dann gehen wir mal nach Norden. Oder ich gehe nochmal hier hin. Weil ich habe auch ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Also Leute, haut rein. Dann gehen wir mal nach Norden.